heute für euch im test eine absolute top rarität und zwar die shooting star rakete von silberhütte wird seit ewigkeiten nicht mehr produziert es ist handelt sich um ein unfassbar schöner artikel mit einer top verarbeitung hier seht ihr den treiber ich stehe total auf so leitwerk raketen man hört auch dass sie breit befüllt ist es wird sich natürlich um eine schütt rakete handeln eigentlich fast zu schade um den artikel zu zünden weil er auch nicht gerade billig ist aber meiner meinung nach das feuerwerk dafür da um gezündet zu werden und deswegen zünde ich den artikel heute für euch und ich wünsche euch viel spaß bei der zündung so 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 so